Oh, eine noch nicht eingenommene Bauchstelle. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Malz ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Juri, ihr wimmelt es von Feasts Männern mit verdächtigen Beulen. Äh, Waffen? Ich rede von Waffen, natürlich. Ich kann keine Razzia wegen Beulen anordnen. Nur ein Tipp, aber es kann schnell ein öffentlicher Aufruhr daraus werden. Ach, nee, wenn das jetzt hier, da die mich entdeckt haben, brech ich das ab. Ach, kann ich jetzt nicht mehr. Naja, okay. Dann ziehen wir durch jetzt hier. Fisks Männer sind ja gar nicht so schwer. Das ist der Finder, Mann. Okay, wir sind vorbereitet. Das ist doch lächerlich, nachdem wir das bis jetzt hier alles machen mussten. Das ist doch noch Ficklfucks. Schon traurig, dass ich immer denke, alle wollen mich umbringen, wenn jemand auf mich zurennt. Aber das wollen sie immer. Die schnelle Form der Geldwäsche. Da könnte Fisk sein Geld im Moment parken. Wir legen die Taumenschrauben an. Ich arbeite an einem Haftbefehl. Ich bin dir voraus. Verstärkung! Klasse! So langsam war ich diese anderen Typen leid. Na. Das musste ich mir für den aufheben. Da sind noch mehr! Ach, letzte Welle schon. Wenn man jemanden findet, der sich wie Willys Leute für einen verprügen lässt, kann man sich glücklich schätzen. Drei Malen. Drei Malen. Auf der anderen Seite. Drei Malen. Drei Malen. Drei Malen. Easy. Nachdem, was man jetzt schon alles mitgemacht hat, ist so eine Baustelle echt lächerlich. Deine Leute haben hier keine Probleme mehr. Und Wurfen-Fisps-Probleme werden immer mehr. Gut gemacht. Gucken wir mal eben hier drüber. Schade, dass die Nebenmissionen mit Felicias... Felicita? Felicias? Wie auch immer, dass das weg ist. Wie viele Fertigkeitenpunkte habe ich denn? Fünf! Meine Fresse. Geräte. Ja, nichts verbesserbar, was ich sowieso nutze. Anzüge neu. Was haben wir denn da? Experimentelles Gewebe erzeugt Energieschild, das vorübergehend allen Schaden absorbiert und... Ach du Scheiße. Kanalisiert instabile Wellen schädlicher ätherischer Energie von irgendwo. Das Kostüm sieht ja echt geil aus. Ja, möchte ich aber nicht. Nein. Die Stadt fühlt sich etwas sicher... So, jetzt ist mein Hauptdinger hier wieder aufgetaucht. Hörer an. Malz ist bei Feast. MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Juri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Alles klar. Alle krank, wenn es hart auf Fahrt kommt. Das kenne ich auch von der Arbeit. Weil jetzt alle wild darauf sind, mich zu erschießen. Gut und böse. Also das ist schon ein bisschen nervig. Und in letzter Zeit, wie die seltsamen Fähigkeiten, auch eine beinahe gespaltene Persönlichkeit. Spider-Man, willst du uns helfen? Klar. Dafür bin ich hier. Das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. So was wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am flohen. Neun Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Vielleicht gibt es... Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. Jetzt muss ich wieder diese... Das Minispielchen hätten sie sich echt sparen können. AT-reiche Liedersequenz. Vielversprechend. Okay, das ist nicht richtig. Das hat mich schon gemacht. Ja, genau. Ich bin auf dem Schild. Ich bin auf dem Schild. Aber ich weiß nicht, wie sie nachher sind. Ich bin auf dem Schild. 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 Die Späte. Ich bin auf dem Schild. Boah, ich hasse das. Machen wir erstmal das da hinten noch. Nee, das ist auch falsch. Ach. So, und jetzt bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ah. Wow, wir wussten hier gar nicht, dass es Teufels Atem war. Hoch in das Gebäude. Die Spur springt zum nächsten Gebäude. Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Die Spur ging aber auch an der Luke vorbei. Nicht nur in die Luke. Ah, gedämpftes Licht. Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Okay. Offenbar hat Ottos Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Norman. Egal wohin ich schau, hat überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden. Und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos. Wie, wie böse. Wenn ich ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Da scheint jemand... Einen am Kopf zu haben. Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft. Aber Otto brauchte nur Tage. Mac Gargan, auch genannt Skorpion, hilft Otto und kriegt dafür eine weiße Weste. Also weder Vorstrafen, noch Spielschulden. Muss ich das jetzt alles anhören? Da habe ich eigentlich keine Lust zu. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber ihre Schulden zu begleichen, war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle... Der alte Vulture. Mit ihm von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Adrian, welch spittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Electro steht voll unter Strom. Max, ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Andere Seite. Was ist das denn? UV-Licht? Hm, nichts passiert. Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe... Ja, wenn er das UV-Licht drückt. Wie kriege ich diese Lampe an? Ja, wie wohl? Geschafft. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Oh nein! Wir haben festgestellt, dass er fies ist. Oh mein Gott. Das haben wir, glaube ich, schon gehört, ne? Ja. Oscorp schlängelt sich durch die ganze Stadt. Strom, Kommunikation, öffentliche Sicherheit. Normans Unternehmens... Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. So, haben wir uns jetzt alles angeguckt. Martin Lee. Das ist nicht mehr der Mann, den ich bei Fiest kannte. Oh Martin. Als mir klar wurde, dass du es... Otto und Lee kennen sich wohl schon weit länger, als ich dachte. Wie lange wohl schon? So, jetzt muss ich nochmal... Warum leuchtet das denn noch immer? Muss ich das jetzt nochmal angucken? Achso. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Ob... Was will Vulture auf dem Times... Elektro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Rhino soll zu den Gebäuden an der... Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? So, jetzt habe ich aber alles gesehen. Ah, jetzt... Mein Gott, ich werde hier hin und her geschickt. Icarus, das ist es! Hallo Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto... Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Ha? Ups. Willst du mit? So erfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Hey! Pete? Bist du okay? Was ist da los? So viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oskops Teufelsatem-Labor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Bauch in den Wettbewerb an. Wenn das Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay! Bis bald, MJ! Fehlgeschlagen! Hat ihn geschwächt! Zeit für Plan B! Ja, und jetzt? Teamwork ist wunderbar, oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar, wie Spider-Man zu töten. Das war beinahe herzerwärmend, Elektro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Wie mache ich den platt? Ah, okay. Ich sehe schon. Weiter neben, Max! Wie immer! Nee, sehe ich nicht. Durch die Wand fliege ich ja wohl nicht. Wie besiege ich den? Ah, okay. Wie kann man nur so weit daneben schießen? Lass mal deine Schaltkreise prüfen. Wie? Du bist dran! Hey, Adrian! Ich bin Spider-Man! Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze! Unsere Fede endet heute in Sekt! Fede? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen! Mann, da habe ich echt was missverstanden! Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht! Da! So, was ist jetzt meine Chance? Das wird nix! Das wird nix! Mal im Ernst! Es war schöner, als ihr Einzelgänger wart! Ich kann werfen, wie weit man mit Teamwork kommen kann! Was? Der Elan der Jugend! Die Weisheit der Erfahrung! Eine gute Fahrung! So wie Öl und Wasser! Klar! Das wird nix! Ja! Das wird nix! Das wird nix! Das wird nix! Problem! Ja! Wo ist er denn? Was ist denn? Ha 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 ha! Dir ist klar, dass ich nur mit dir spiele! Oh! Zu langsam! Hä? Ich habe doch genau passend gedrückt! Genau passend habe ich gedrückt! Oh! Er hat keine Chance! Ja! 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 Wir packen das! Ich will ja nicht unken! Aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein! Ja! Hier ist klar, dass ich nur mit dir spiele! Oder? Ha 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 ha! Ja! Jetzt wird es ein bisschen eng! Oh! Ja! Oh! Ja! mal eben hier in Deckung bringen. Wie gesagt, ich bin ein Gott. Und du das Menschen... Ja, Pech. Ich verstehe das nicht. Ich habe auf diesen scheiß Transformator geschossen und der geht einfach nicht kaputt. Er hat keine Schau. Ja, ja, wir fangen das. Ich will ja nicht unkönnen, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Was schon müde Spille! Ich bin nicht anklang, wenn man so komplett überfordert ist. Wie kann man nur so weit daneben schießen? Lass mal deine Schaltkreise prüfen. Das ist meine Chance. Pass doch auf! Weiter daneben, Max. Wie immer! Mist! So, Ravie! Ich bin nicht anklang! Aber wie kann man nur so weit daneben? Oder warum bin ich? Meine Frisse. Mein Gott, ey. Gibt's doch nicht, Mann. Ah, Mann. Er hat keine Chance. Ja, ja, wir packen das. Ich will ja nicht unken, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Na endlich. Wie oft haben wir diesen Kampf schon aufgeführt, Apien? Ein Dutzendmal? Zwei? Einmal zu oft. Das hier ist dein letzter Mal. Was ist los? Elektro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Kleiner Dickkopf. Ja, war schon nicht einfach jetzt. Muss man ja ehrlich sagen. Wie spät. Oh Mann. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.